Sie haben einen Stimmzettel, einen Stimmzettel. Sie haben einen blauen Stimmzettelumschlag. Sie haben einen Briefwahlschein und einen roten Briefwahlumschlag. Nun geht's los. Einen Stimmzettel. Neun Stimmen, neun Kandidaten. Ganz einfach. Wahlzettel in Stimmzettelumschlag. Einen Briefwahlschein. Unterschreiben. Dazulegen. Und in einen roten Umschlag packen. Und das Ganze eingrafen. Dazulegen. Ein Kaffel.